Ich war verheiratet, habe drei Kinder, habe Theologie studiert, habe eine Gemeinde mitgegründet, habe mich um viele Sachen gekümmert, habe aber vergessen mich selbst. Und als ich in meinem Burnout darüber nachgedacht habe, was macht mich lebendig, dann ist halt tatsächlich dieses Bild entstanden von einem Café, wo Menschen eine Viertelstunde eine ganz besondere Zeit haben. Und wenn ich auch die Gästebucheinträge da manchmal lese oder die Mails, die Leute dann schreiben, was dieser Bus mit ihnen gemacht hat, dann ist das manchmal, du denkst, das ist Fiktion, das kann gar nicht sein, das ist alles nicht echt. Ich habe halt keine Wände, ich habe vorne Fenster, links, rechts Fenster, hinten Fenster. Letztes Jahr um die Zeit war hier der Eiffelturm, dann der Atlantische Ozean, dann ist da der Sonnenuntergang gewesen, da der Sonnenaufgang. Wir haben manchmal ganz viele blaue Flecken, weil wir uns ganz oft kneifen müssen, ob das denn real ist, was hier abgeht. Wenn du gewusst hättest, dass deine Ehe scheitert, dass deine Familie daran zerbricht, hättest du es trotzdem gemacht? Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen, wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Den alten Job an den Nagel hängen und stattdessen mit einem umgebauten Doppeldeckerbus durch Europa fahren und anderen Menschen jeden Tag mit einem guten Kaffee und schönen Gesprächen eine Freude machen, Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Es ist aber wahr. Genau das ist nämlich die Geschichte meines heutigen Gastes, die Geschichte von Michelle Malzin. Michelle kommt aus der kleinen Stadt Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen und hat in einer Gemeinde ganz in der Nähe 14 Jahre lang als Pfarrer gearbeitet. Heute predigt er nicht mehr so gerne, heute hört er viel lieber zu und das in seinem rollenden Doppeldecker-Café. Was hat Michelle dazu bewegt, sein Leben so umzukrempeln? Wie viel Arbeit und vor allem wie viel Geld steckt in dem Umbau eines 16 Tonnen schweren Oldtimer zum Kaffeebus? Welche schönen und welche herausfordernden Situationen begegnen ihm bei seinem ganz besonderen Reisestil? Und was hat unser Kanzler Olaf Scholz eigentlich mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Das ist Wie reist du mit Michelle Malzin. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Wo erwische ich dich denn gerade? Ich gucke gerade auf das Meer. Der Nebel verzieht sich in Portugal. 20 Kilometer südlich von Porto. Ich stehe hier direkt am Strand und schaue aufs Meer. Wie schafft man es, mit einem so großen Bus mitten am Strand zu stehen? Ich habe das mit meinem kleinen Bus nicht geschafft. Ja, tatsächlich ist das die Herausforderung. Aber wir werden eingeladen von den Städten. Also in Portugal ist das jetzt der Fall. Ja. Die Zeit davor habe ich mich tatsächlich immer irgendwo hingestellt. Unterm Eiffelturm eine Woche gestanden. Das geht mit dem Camper nicht. Nein. Der Trick hierbei ist, dass alle denken, das ist offiziell. Das ist so groß. Und man muss auffallen wahrscheinlich. Genau. Ich habe manchmal versucht, mich so ein bisschen, sei nicht ganz so frech, stell dich so ein bisschen am Rand, wo es nicht so ganz auffällt. Aber du musst direkt vorfahren, direkt am besten neben der Polizei parken und aufstellen, sodass überhaupt keine Zweifel kommen, dass du da richtig bist. Beim Eiffelturm war das so am Deutschen Eck, hier am Strand. Jetzt ist natürlich in der Hochsaison wird es wahrscheinlich schwierig. Wir fahren jetzt wieder zurück in drei, vier Wochen. Dann fahren wir wieder durch Spanien und Frankreich. Und da war das schon herausfordernd. Und da hat das meistens ein, zwei Tage geklappt, wenn überhaupt. Genau. Dass dann doch die Leute kamen und sagen, du musst dann weg. Weil erst mal ist es schwierig, überhaupt einen Platz zu finden. Ja. Und es ist einfach jetzt Hochsaison und da ist ja jeder Platz irgendwie okkupiert. Auf die schönen und die herausfordernden Seiten deines Reisestils, den du dir da ausgesucht hast, gucken wir gleich nochmal genauer. Wir haben jetzt gerade elf Uhr in Deutschland. Wenn du in Portugal bist, ziehen wir eine Stunde ab. Zehn Uhr. Wie sah dein Tag bisher aus? Wie können wir uns so einen Alltag als Barista in einem Bus vorstellen? Also heute ist, genau, ich bin vor zehn Minuten aufgestanden, habe mir gedacht, ach, heute ist ja Freitag. Man vergisst den Wochentag so ein bisschen. Da war doch was. Und dann habe ich mir ganz schnell einen Kaffee gemacht und habe dann das hier schnell aufgebaut und mache jetzt hier einen Podcast. Gucke aufs Meer. Es ist tatsächlich heiß. Normalerweise mache ich das Dach jetzt gleich auf vom Bus. Aber dann ist es für einen Podcast jetzt gerade weniger gut, weil eben dann zu viele Außengeräusche dabei sind. Das stimmt. Wobei die Möwen und das Meer könnte ich hier in Kiel auch akustisch bieten. Da würden wir tatsächlich einfach eine schöne Symbiose bilden gerade. Ich hatte jetzt eher gedacht, du stehst um fünf Uhr auf, machst Kaffee, hast Andrang. Das ist jetzt nicht die Vorstellung, die ich von einer Gastronomie habe, die du da gerade lebst. Du kannst dich voll weiter haben gerne. Manchmal ist es so und so. Also wenn wir auf dem Jakobsweg unterwegs sind, dann ist es so natürlich, dann kommt die Pilger auf frühs um fünf bis um zwölf. Und dann steht man natürlich dann auch früh auf, um für die da zu sein und Kaffee zu machen. In Portugal ist es eher so, dass wenn wir ins Bett gehen wollen, dass die alle aus den Betten kommen. Dass wir immer abends um zehn, wenn wir zumachen wollen, dass dann mit einmal die Schlange vor dem Bus steht. Ja, ein bisschen verkehrte Welt hier. Stimmt. Jetzt komme ich gerade wieder aus der Ecke. Ich habe überwintert in Spanien und Portugal. Voll schade, dass wir uns da nicht gesehen haben, weil ich hätte ja super gerne mal den Bus gesehen. Ich hätte super gerne euch kennengelernt und einen Kaffee bei euch getrunken. Beschreib ihn mal für uns ein bisschen. Wie sieht denn dein Doppel-Lecker, wie du ihn nennst, Doppel-Lecker-Bus aus? Das ist ein Oldtimer-Bus aus Berlin. 1959 ist der gebaut worden und ist hier hinter der Mauer, Stacheldraht rumgefahren. Leute von A nach B transportiert. Der ist blau-weiß angemalt. Da steht ganz groß drauf, jeder braucht einen Ort, an dem er sein darf. Und dann drunter eben dieses Wortspiel Doppel-Lecker. Und der ist aus dem Jahr 1959. Der sieht außen so aus und innen auch. Also alles ist so ein bisschen mit Blümchen-Retro-Stil, rote Samftpolster, Holztische, kleine Lämpchen auf den Tischchen. Genau. Manchmal laufen Bedienstete auch mit Petticoat rum oder ich mit Fliege und Hosenträger. Jetzt hier in der Hitze eher weniger. Wenn man hier reinkommt, das erste, was man sieht, ist eine riesen Jukebox. Es ist so eine Zeitreise. Die Leute vergessen, wenn sie hier drinnen sind, tatsächlich, wo sie sind. Und man taucht ein in einer Zeit, wo es noch keine Hektik und Stress und was weiß ich alles gab. Sondern man ist hier und man sitzt relativ dicht beieinander. Es ist halt ein Bus. Es ist eng. Und der Vorteil dabei ist, dass keiner sitzt hier mit dem Handy. Sondern man muss sich miteinander unterhalten. Ja. Und alle sind dankbar. Also hier 15-Jährige mit 80-Jährigen sitzen sich gegenüber und tauschen ihre Lebensgeschichten aus. Und manche fallen an zu weinen, weil es wirklich eine sehr krasse Atmosphäre hier drinnen ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, Menschen zu inspirieren, einen Ort zu geben und ihnen zu sagen, hey, deine Träume, lass die real werden. Es ist möglich. Alles ist möglich. Wenn dir jemand, apropos Träume, die wahr werden, wenn dir jemand vor fünf, sechs Jahren gesagt hätte, dass du mit einem Doppeldeckerbus durch Europa fährst und Kaffee verkaufst, was hättest du geantwortet? Also vor fünf, sechs Jahren, da war das ja schon vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, das geht nicht. Ich bin Pastor und das mache ich mit Leidenschaft. Das will ich machen bis zum Lebensende. Dann kam diese Depression und ein Burnout, wo ich nochmal neu nachdenken musste. Okay, was macht mich wirklich aus? Was macht mich lebendig? Das ist halt Abenteuer. Das ist halt unterwegs sein. Das ist halt Menschen, Gastgeber zu sein. Weniger den Leuten sagen, was richtig und falsch ist und sie vollpredigen und Antworten geben, sondern vielmehr Fragen stellen, von anderen Menschen lernen. Und als ich in meinem Burnout darüber nachgedacht habe, was macht mich lebendig, dann ist halt tatsächlich dieses Bild entstanden. Von einem Café, wo Menschen sein dürfen, unabhängig von was sie glauben und was sie für ein Parteibuch haben oder keine Ahnung. und wo kurze Begegnungen stattfinden, wo Fragen gestellt werden können, wo Menschen eine Viertelstunde eine ganz besondere Zeit haben. Mir geht es gar nicht mehr um das ganz große Ewigkeit und keine Ahnung, was mit deinem Leben ist, aber jetzt, heute, zehn, fünfzehn halbe Stunde nur für dich und für deine Seele. Ja, das, was wir alle versuchen im Alltag zu finden, diese kleinen Momente, wo man einfach nur da ist. Aber nimm uns nochmal mit, du hast gerade gesagt, fünf, sechs Jahre ist es gar nicht, eher zehn Jahre. Nimm uns mal mit in genau dieses Leben, bevor es den Bus gab. Wie sah das aus? Ich war verheiratet, habe drei Kinder, habe Theologie studiert, habe diesen Job eigentlich auch sehr gerne gemacht, habe eine Gemeinde mitgegründet, habe mich um viele Sachen gekümmert, habe aber vergessen mich selbst. Also ich wusste, wo die Mitglieder meiner Gemeinde arbeiten, wie es denen familiär geht zu Hause, was die für Probleme haben. Wusste aber nicht über meine eigenen Probleme. Ich wusste, wo die anderen arbeiten, aber nicht, wo der Spielplatz meiner Kinder ist. Ich wusste, wie es denen geht, aber eigentlich nicht, wie es mir geht. Und das ist letztendlich dann gegipfelt in eine Depression, in ein Burnout. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich mir ein Bein breche oder so, dass man irgendwo sieht, dass man krank ist. Aber irgendwie, ich konnte einfach nicht mehr. Letztendlich war dann die Reißleine, du musst jetzt ganz raus, bin dann in die Klinik, zwölf Wochen, da muss man das Handy abgeben und das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit, weil mit einmal ich gemerkt habe, krass, man sieht den, also es gibt so ein Bibelzitat, man kann den Splitter bei dem anderen immer genau sehen, aber den eigenen Balken vor den Augen, den erkennt man nicht. Und bei mir war eine ganze Bretterwand, ein ganzer Wald davor. Das war aber gut, diese Zeit zu haben und ich wusste, okay, was ist es? Und ich war halt auch müde davon. Vieles, was ich hätte glauben müssen und sagen müssen, war nicht mehr eine Resonanz mit meinem Herzen. Also Leuten zu sagen, wie sie zu leben haben, was richtig oder falsch ist, das hat sich alles für mich nicht mehr richtig angefühlt. Das konnte ich nicht mehr. Und ich hätte nochmal die Gemeinde wechseln können, aber das ist dann so wie, wenn man die Leinwand wechselt. Der Film ist der gleiche, aber man wechselt nur die Leinwand. Und deswegen wusste ich, muss was ganz anderes her. Und das Kaffee am Rande der Welt hat mich ziemlich inspiriert. Da war eben so ein Kaffee, wo Menschen in der Speisekarte ein paar Fragen gestellt bekommen. Und da dachte ich, das ist ja cool. Die werden nicht zugepredigt, denen wird nicht gesagt, was sie falsch machen oder wie sie es richtig machen müssen. Und da dachte ich, ach so ein Ort, das ist toll. Aber immer an einem Ort sein, dachte ich, das würde mich auch langweilen. Ich mag halt die Abwechslung. Und in der Kirche, in der Gemeinde sind halt oft die Menschen, die das Stetige mögen. Und die freuen sich, dass sie wissen, am Sonntag kommt das und das und dann kommt das und das. Und dann steht man auf und jetzt geht man sich hin. Das ist ja total in Ordnung, dass es solche Menschen gibt, die das brauchen. Aber ich bin halt einer, der nach dreimal das Gleiche gemacht total die Krise kriegt. Und ich sage, ich brauche was Neues. Und da dachte ich, wenn ich irgendwo einen Kaffee habe, das würde mich auch langweilen nach fünf Monaten, wenn ich ehrlich zu mir bin. Und dann kam, wie gesagt, die Idee, warum nicht ein mobiles Kaffee? Aber keinen Foodtruck, sondern ich will einen Ort haben, wo Menschen wirklich sein dürfen. Und dann gibt es einen Bus und dann kann man den doppelten Platz haben, wenn man einen Doppeldeckerbus hat. Und dann habe ich bei Ebay einfach gesucht. Und habe dann einen alten, schrottreifen Bus gefunden. Wahnsinn. Habe den gekauft, habe dann festgestellt, dass ich gar keinen Führerschein habe. Dann habe ich schnell noch einen Führerschein gemacht. Und dann habe ich mit YouTube einfach eingefangen, jede Schraube hier zu lösen und den umzubauen. Da schauen wir gleich auf jeden Fall genauer drauf. Ich würde gerne nochmal in dieser Situation bleiben. In deinem Leben als Pastor und Papa, welche Rolle hat denn das Reisen damals gespielt in dieser Zeit? Eher wenig. Wir sind gar nicht viel verreist. Also lag auch daran, dass wir einfach, meine Frau sehr unterschiedlich ist. Wie gesagt, ich mag die Abwechslung. Sie eher das, keine Überraschung. Ich mag Überraschung. Sie mag die Berge Ruhe und zehn Kilometer weiterfahren. Da ist es auch schön. Da gibt es auch schöne Gegenden, die man nicht kennt. Und ich lasse uns in ein Flugzeug steigen und irgendwo, wo es ganz anders ist. Und das haben wir eigentlich nicht gemacht. Wir sind nicht verreist, sondern hatten unser Radius und sind da geblieben. Umso mehr genieße ich es jetzt. Ja, diesen Zwiespalt kennen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass man da so anders tickt und da einen Zwischenweg finden möchte und muss. Wie hat deine Familie reagiert, als du gesagt hast, ich hänge meinen Job an Nagel und kaufe einen Doppeldecker Bus? Wir haben das schon gemeinsam dann auch entschieden. Okay, wenn das das ist, was dich glücklich macht oder auch, was die Familie ernähren kann. Also ich habe dann einen Businessplan geschrieben und gucke, geht das überhaupt? Meine Frau hat gesagt, es ist dein Ding, es ist nicht mein Ding. Mein Ding ist was anderes, aber wenn du denkst, dass es gut ist. Und dann hatte ich da ein grünes Licht. Wenn ich eine Idee habe, dann will ich die dann auch umsetzen. Und dann hat es auch irgendwie geklappt. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von Mechanik, habe keine Ahnung vom Bus, von irgendetwas. Einen Tag vor Eröffnung, ich hatte dann die Kaffeemaschine, hatte noch nicht mal Ahnung, wie man Kaffee macht. Zum Glück hatte ich dann einen Angestellten, der dann an den ersten Tagen da mitgemacht hat und mir gezeigt hat, wie das geht. Letztendlich hat es aber funktioniert. Der Bus ist so gut eingeschlagen sozusagen, weil es so etwas Besonderes war. Die Menschen kamen rein und haben in dieses Besondere hier erlebt und gespürt. Und wir wussten, okay, das erste Jahr in der Gründung ist hart. Man muss es sich nah machen, aber es ging relativ richtig gut und schnell voran. Bis dann eben nach ein paar Wochen Covid kam. Und das, was das Besondere an diesem Bus war, dass man Menschen begegnet, war mit einmal No-Go. Und ich musste kurz nach Gründung dann mit einmal den Bus schließen. Wie habt ihr diese Zeit überstanden? Als Familie haben wir sie ja offensichtlich dann nicht überstanden. Genau, ich musste irgendwie gucken, wie ich dieses neue Start-up, wie ich die Kreditgraten zahlen kann. Also man hat immer eine Möglichkeit, Kopf in den Sand stecken, aufgeben oder gucken, was geht. Und ich bin da mit dem Bus irgendwo in den Wald gefahren und viele Leute sind dann raus und sind spazieren gegangen. Und ich habe dann einfach Coffee-to-go angeboten. Das ist nicht, was ich wollte, aber irgendwie um die laufenden Kosten zu decken. Habe ich es dann geschafft. Oft familiär haben wir dann einfach gemerkt, meine Frau hat dann, oder wir haben beide dann, aber es ging eher von ihr aus, hat gesagt, wir werden einfach nicht miteinander glücklich. Wir können gut miteinander leben, wir können gut organisieren, für unsere Kinder da sein, aber wirklich glücklich werden wir nicht. Würde meine Frau nicht mit dem Leben, wie ich lebe, wie ich es lebe. Und wo wir dann gesagt haben, okay, wir warten jetzt nicht, bis der Tod uns scheidet, sondern machen das richtig würdevoll und toll und mit ganz viel Respekt voreinander. Und es war eine schwere Zeit auch, weil man sich das anders vorgestellt hat, anders geträumt hat, aber wir haben ein super Verhältnis miteinander. Unsere Kinder sind total dankbar und freuen sich auch und sagen, ihr habt genau das Richtige gemacht. Eigentlich hättet ihr euch schon eher trennen sollen, aber es ist mit ganz viel Respekt und Achtung voreinander. Und mit viel Mut auch, wie ich finde, weil also für all diese Entscheidungen, da gehört ja sehr viel Mut dazu, auch mitten im Leben zu sagen, wir schauen da nochmal, dass wir vielleicht noch mehr Glück irgendwo anders finden und stehen auch zu uns und unseren Bedürfnissen. Auch wenn da eben Kinder zum Beispiel mit dranhängen oder ja auch wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Geschichte und sehr tiefe Emotionen. In dem Sinne hat da meine Frau sicherlich viel mehr Mut, weil sie den Schritt da gewagt hat und das gesagt hat. Und ich stand erst mal vor verendeten Tatsachen. Aber gespürt hast du es auch schon länger, so wie du es beschreibst. Genau, sicherlich. Eigentlich war ich anders. Ja, aber ich dachte, da muss ich jetzt durch bis zum Tod. Und dann war der Mut meiner Frau zu sagen, nee, das müssen wir gar nicht. Und ich stand jetzt so sagen, okay, ich habe jetzt den Bus, ich wusste, der hat vier Räder, habe den dann einfach gesagt, okay, was machst du jetzt? Vieles ist schlimm, aber was sind die Vorteile? Ich bin halt nicht mehr ortsgebunden. Ich habe den Bus und dann habe ich den einfach nochmal umgebaut, habe ein paar Sitze rausgeschmissen, habe eine kleine Wohnung reingebaut und bin dann in den Bus gezogen und habe dann meinen Freunden gesagt, ich fahre los. Moment, 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 ich habe den einfach mal so umgebaut, Entschuldigung, da muss ich einhaken. Man baut nicht einfach so einen Doppeldeckerbus um. Wie lange hat das gedauert, wie viele Hände waren da involviert? Du hast vorhin schon gesagt, überhaupt kein Wissen gehabt. Das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending, genau, aber Berge versetzt man, ist Stein für Stein. Da kommt der Prediger wieder raus. Weil viele sagen immer, das ist ja gar nicht einfach und ich sage immer, was ist denn, wenn es doch einfach ist? Natürlich ist es herausfordernd, aber und wenn du Leute fragst, sind auch die ersten zehn, die sagen, das geht nicht und das kann man nicht machen und ich hatte auch keine Firmen, die mir helfen konnten, weil keiner die Gewährleistung übernehmen wollte. Ein Bus, der sich bewegt, dass es ein Kaffee sein soll, wo Gäste reinkommen. Das war schon auch. Oh, mit Lebensmitteln wird ja auch noch gehandelt. Das ist in Deutschland ja auch noch so ein Thema. Genau, das geht da nicht, das geht da nicht und dann habe ich mich aber immer gesagt, doch, ich habe jetzt nicht gefragt, wie es nicht geht, sondern habe dann immer gesagt, verbinden Sie mich bitte weiter mit dem Nächsten. Ich brauche irgendeiner, der irgendeiner wird schon wissen, wie es geht. Und wenn du schon so rangehst ans Telefon und weißt, die ersten zehn, mit denen du sprichst, die haben einfach, die sind in ihrer Bappe, die kennen ihre Regeln, aber irgendeiner wird es schon geben, der dann auch out of the box denken kann. Und mein Papa hat ganz viel mitgeholfen, wir haben dann alle Wände runtergerissen, ich habe jemanden, einen Freund gesucht, der schweißen kann. Und nach neun Monaten war sozusagen das Geld alle und ich habe dann aufgehört. Und ich fand das dann auch ganz toll, weil ich dachte, okay, der Bus ist, der ist noch nicht fix und fertig. Also ich war einmal fix und fertig und das war nie gut, ist nie gut fix und fertig zu sein. Genau, ich sehe überall noch, wo man was machen könnte, aber das erkenne ich auch, wenn ich in den Spiegel gucke. Und trotzdem ist er toll und gerade vielleicht ist das das Besondere, dass noch nicht alles fertig ist. Und dann nach neun Monaten war es Zeit, den Bus auf die Straße zu bringen. Und tatsächlich ist es viel besser und schöner und größer geworden, als ich es mir erträumt habe. Wahnsinn. Nenn uns mal eine Hausnummer, wenn du magst und kannst. Was heißt das, das Geld war alle? Was hat das finanziell gekostet, diesen Traum jetzt am Anfang, diesen Umbau, diesen Kauf zu verwirklichen? Schon auch eine Hausnummer, wo ich noch ein paar Kaffee verkaufen muss, bis das abbezahlt ist. 250.000, jetzt insgesamt garantiert. Eine Technik, also eine Kaffeemaschine kostet ja schon 10.000 Euro. Und dann brauchen wir eine Mühle und die kostet 3.000. Hättest du mal einen Teewagen gebaut? Ja, das wäre besser gewesen. Und dann haben auch Leute gesagt, mach doch so mit Europaletten, wo man sitzen kann, das sieht doch auch gut aus. Gott, das ist viel zu schwer. Ja, an Gewicht habe ich tatsächlich auch gar nicht gedacht. Ich habe hier richtig schwere Eichenplatten. Aber ich will halt, dass es gemütlich ist, dass es schön ist und nicht irgendwie nur hip. Und deswegen musste es auch so eine alte Kaffeemaschine sein aus den 60er Jahren und Blümchengardinen. Das hat schon alles Geld gekostet. Ich hatte kein Geld, ich hatte null. Also viele sagen ja auch jetzt, wenn ich Kommentare lese, okay, wenn man Geld hat, ist das alles möglich. Ich hatte null, also wirklich nix. Im Gastro-Bereich kriegt man eigentlich keinen Kredit. Dann haben die gesagt, wir mussten einen Businessplan schreiben und dann leider gab es damals noch keine KI, kein Chat-GPT. Dann habe ich also irgendwie versucht, einen Businessplan zu schreiben, geguckt, wie das funktioniert und habe dann geklingelt. Und von Bank zu Bank bis eine Bank gesagt hat, wow, das ist ein tolles Konzept. Und ich hatte einen Freund, der hat eine Diagnose bekommen ein paar Wochen vorher ALS und er wusste, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat. Und der hat gesagt, er verkauft seine Praxis und er hat vier Jungs gehabt, zwischen acht und 15 Jahre alt. Und denen hat er Geld vermacht und die haben einen Teil des Geldes investiert in diesen Bus und waren sozusagen dann Teilhaber von diesem Bus. Und der Freund hieß Alexander und ich habe den Bus dann gekauft. Er hatte nie mehr fertig gesehen, aber das Spannende war, als ich den Bus hier ausgebaut habe, alles raus, war noch einer so ein Schild, wo früher drauf stand, wo der Bus hinfährt. Und da war ein Schild, da stand Alexanderplatz drauf. Oh, wie schön. Ja, genau. Und dann gibt es auch den Kaffee für Alex. Dann konnte man also einen Kaffee kaufen. Man hat dafür nichts bekommen und hat den nur bezahlt. Und das war dann für Leute, die kein Geld hatten für einen guten Cappuccino, die dann einfach einen Kaffee einfach so bekommen haben. Und der heißt bei uns Kaffee für Alex. Das Alexanderplatz, der steht immer noch vorne an das Schild. Ein Freund hat mir gesagt, wo fährst du denn hin? Ich sage, keine Ahnung. Und dann sagte er, fahr doch nach Santiago de Compostela. Und da dachte ich, okay, das ist eine gute Idee. Da muss ich nicht immer an jeder Kreuzung überlegen, ob ich links oder rechts fahre. Und dann habe ich vorne Santiago draufgeschrieben, auf das Schild, auf den Schlüssel umgedreht und bin dann tatsächlich losgefahren. Wahnsinn. Was ist das Besondere für dich an dieser Reiseform? Du bist ja vorher jetzt auch nicht mit einem Bus durch die Gegend gefahren, sondern hast das nach und nach gelernt und ja scheinbar auch zu lieben gelernt. Denn du bist ja immer noch unterwegs. Was ist das Besondere an dieser Reiseform? Also ich habe meine Arbeit dabei, die ich liebe. Ich werde gesehen, werde angesehen, werde beachtet. Menschen kommen, sind begeistert, ohne dass ich erstmal gar nicht, ich mache nur die Türen auf. Und ich wache jede Woche, also der Bus hat halt, ich habe halt keine Wände. Ich habe vorne Fenster, links, rechts Fenster, hinten Fenster. Letztes Jahr um die Zeit war hier der Eiffelturm, dann war da der Atlantische Ozean, dann ist da der Sonnenuntergang gewesen, da der Sonnenaufgang. Natürlich das Besondere, dass ich, dass ich jede Woche was anderes sehe, neue Menschen kennenlerne, jetzt sogar neue Länder. Sicherlich auch manchmal Angst, wie geht das denn überhaupt, ich kann kein Spanisch, ich kann kein Französisch, ich habe überhaupt keine Lizenz, irgendwo irgendwie zu stehen. Wie funktioniert das? Viele schütteln auch den Kopf, denken, wieso hast du, der hat ja ein Schwein, das gibt es doch gar nicht, es funktioniert immer wieder. Und ich sage, ja, weil die Leute sind viel mehr freundlich und offen und begeistert und großzügig, als man das vielleicht denkt. Die Welt ist gar nicht so böse. Aber das ist nicht nur das, was du mir mitteilst, sondern das ist das, was das Reisen uns generell lehrt, mit jedem, mit dem ich spreche. Richtig. Also es ist ja nicht so, dass du besonders viel Glück hast. Ja. Und man erlebt so viel Großzügigkeit, so viel Dankbarkeit, genau. Wie oft haben wir unten an der Tür eine Tüte mit Brötchen hängen, weil Leute uns da unterstützen oder einfach was zurückgeben wollen. Mir hat nie jemand Brötchen in meinen Van gehängt, entschuldige mal bitte. Es ist so viele tolle Geschichten und auch Menschen, die hereinkommen, wo erst mal ganz unscheinbar ist und dann ihr Leben teilen und merken, ich weiß nicht, ich stand gerade in Koblenz, ich kenne ja die Städte nicht. Ich gucke dann bei Google Maps, wo ist eine große Straße, wo ist schön, wo kann der Bus reinfahren. Und dann bin ich da eine Nacht vor dem 1. Mai da eingekommen in Koblenz und dachte ich, okay, Deutsche Eck, das ist schön, das sind zwei Flüsse, da fährst du einfach mal hin. Da habe ich geguckt vorher, ob da irgendeine Schranke ist, die auf ist und die war gerade auch auf. Und bin dann einfach da vorgefahren, habe mich da hingestellt. Habe da alles aufgebaut, bin dann ins Bett und dann einmal sehe ich nur Blaulicht, gar nicht so mit Polizeiautos, sondern so schwarze Limousinen mit Blaulicht drauf. Und ich habe dann, okay, ich melde mich jetzt mal nicht, habe mich so geduckt, habe durch die Gardine geguckt. Und einmal sehe ich, dass der ganze Bus eingezäunt ist und dass da irgendwas riesen aufgebaut ist. Und dann schleiße ich mich so nachts um zwei raus, um zu gucken, was da passiert ist. Gerade eben war ich da auch alleine am Deutschen Eck und mit einmal war da alles was aufgebaut. Und dann sehe ich da, wie da so ein Flyer mir entgegen fliegt vom Wind, steht da drauf, 1. Mai Kundgebung Olaf Scholz am Deutschen Eck. Ich habe gerade gedacht, wenn jetzt der Bundeskanzler kommt. Und dann stand ich genau da, wo der Olaf Scholz seine Kundgebung halten soll. Da dachte ich auch, du meine Güte, jetzt hast du es übertrieben. Und frühestens um sechs kommt natürlich dann, ist dann wieder ganz viel los. Der BND, jeder Gullideckel ist dazu geschweißt und was weiß ich alles. Und alles ist genau geplant, aber der Bus steht halt nirgendwo auf keinen Plan. Und waren alle völlig nervös geworden. Und ich habe dann, haben dann geklopft dann frühestens und ich bin dann doch raus. Was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, ich verkaufe Kaffee. Und dann war aber auch keine Zeit mehr, den Bus wegzufahren, weil was ist, wenn der liegen bleibt? Dann kommt der Kanzler nicht mehr vorbei, sodass ich dann letztendlich dort stehen konnte, wo der Kanzler seine Rede gehalten hat. Und er hat einen Kaffee bei dir getrunken? Er hat kurz angehalten, aber leider hat er keine Zeit gehabt. Er hat echt den besten Kaffee verpasst, aber selber schuld. Kanzler oder Kaffee? Manche entscheiden sich halt für Kanzler, die meisten zum Glück für Kaffee. Und wenn ich auch die Gästebucheinträge da manchmal lese oder die Mails, die Leute dann schreiben, was dieser Bus mit ihnen gemacht hat oder die zwei Stunden, die sie hier saßen und den Kaffee getrunken haben, dann ist das manchmal, du denkst, das ist Fiktion. Das kann gar nicht sein. Das ist alles nicht echt. In Mainz war wieder ein Gast, der drinnen war, die Helene, die kommt gerade vom Yoga. Sie war Lehrerin und hat auch gesagt, krass, wie kann man denn so leben? Die hat dann gefragt, ob sie helfen kann. Die hat dann geholfen und das Ende vom Lied, sie ist dann eingezogen im Bus und mittlerweile reisen wir gemeinsam durch Europa, Helene und ich. Wahnsinn. Was machen solche Begegnungen, also was die Begegnung mit Helene mit dir gemacht hat, das sehe ich an deinem Grinsen im Gesicht, aber was machen grundsätzlich diese Begegnungen mit diesen Menschen mit dir? Man wird immer wieder erinnert, wenn man dann Menschen sieht, die da reinkommen und so begeistert sind und sagen, wie krass ist das Leben denn? Wo du denkst, ach ja krass, für einen ist es ja dann selbst irgendwann auch Alltag oder so und dann wird man wieder erinnert, ja es ist wirklich faszinierend, was wir da machen gerade. Wir haben manchmal ganz viele blaue Flecken, weil wir uns ganz oft kneifen müssen, ob das denn real ist, was hier abgeht. Ja. Du erzählst von diesen vielen positiven Sachen, was gibt es, auch wenn du sie trotzdem positiv siehst, so wie du als Mensch bist, aber was können wir uns für große Herausforderungen vorstellen, wenn du so einen tonnenschweren Bus quer durch Europa lenkst? Die Herausforderung ist natürlich, einen Platz zu finden, zu gucken, klappt das und dann ist, das ärgert mich schon auch, dass man immer wieder skeptisch ist. Wird das gut gehen? Das kann doch nicht gut gehen. Obwohl man jedes Mal, also in 90 von 100 Fällen immer positive Erfahrungen macht, ist trotzdem immer wieder diese Anspannung und die Angst, dass die Leute es böse mit einem meinen und dass es nicht gut geht. Das finde ich noch ein bisschen schade. Natürlich ist die Herausforderung, jetzt wieder mit dem Bus nach Hause zu fahren, über die Berge, kommt er über die Berge, gibt es Straßen, die breit genug sind, schafft der Bus das, sind die Brücken hoch genug und solche Sachen. Aber trotzdem sage ich mir, ich muss dann die Probleme lösen, wenn sie da sind. Jetzt mir darüber Gedanken machen, macht mich nicht fröhlich und hilft auch keinem, dem Bus nicht und den ganzen Unternehmen auch nicht. Ist das einer dieser Dinge, der dich dann von den Menschen unterscheidet, die im Träumen bleiben? Also viele träumen ja davon, einen Kaffee zu eröffnen. Macht man es? Höchstwahrscheinlich nicht. Viele träumen davon, einen Bus auszubauen und loszufahren. Macht man es? Nur die wenigsten. Die allerwenigsten verbinden auch noch diese vielen Variablen irgendwie miteinander. Was hat dich da vom Träumen ins Machen gebracht? Die Befriedigung, nur davon zu träumen, befriedigt ja nicht. Das zu machen ist doch das, was dann, also ich, als ich den Bus dann umgebaut habe, habe ich dann auch in diesem Bus so Abende gemacht, so, also, lebt deinen Traum oder so. Und da war eine Frau, die war Beamtin, hat ein sicheres Einkommen gehabt und meine Frage war dann, wann hast du dich das letzte Mal so lebendig gefühlt? Dann hat sie erzählt, als ich meiner Nichte, die hat geheiratet, als ich den Stoff angehalten habe und ich wusste, das wollte ich schon immer als Kind machen, Brautkleider. Ja, und ich habe gesagt, okay, mach das doch. Kündige, mach den Laden auf. So, und was ist, nach einem Tag musst du ihn schließen, weil du bankrott bist. Weißt du, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Also das Schlimme ist, warum haben wir so Angst vor Scheitern? Scheitern ist nicht schlimm. Das Schlimme ist, du wirst irgendwann mal an deinem Stellbett liegen und du wirst nicht bereuen, dass du es gemacht hast. Du wirst im Stellbett liegen und wirst bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Und wenn du es nur einen Tag gemacht hast, aber du hast es gemacht. Ja. Du hast deinen Bus umgebaut, bist losgefahren, der ist abgebrannt, aber du hast es gemacht. Es klingt so abgedroschen tatsächlich, aber ich habe das Gefühl ja auch erlebt. Ich habe ganz lange von meinem Bus, von meinem Minivan geträumt und habe es nie gemacht, weil viel zu teuer, viel zu unsicher. Ja, ich kenne mich gar nicht aus mit Autos. Was ist, wenn all das, was du beschreibst? Die Straße zu eng ist, die Brücke zu tief, kann doch nicht einfach umdrehen auf der Autobahn. Sau viele Gedanken, Ängste, Sorgen, Existenzängste, Geld. Das ist ja alles selber. Aber das gemacht zu haben und meine Güte, ich bin gescheitert, aber richtig und zwar 20.000 Mal. Und trotzdem ist das Gefühl so positiv, weil ich es gemacht habe. Und ja, so viel Stolz. Bist du auch an einem Punkt, wo du Stolz erfinden kannst für das, was du gemacht hast? Ja, mega. Tatsächlich. Also ich bin in dem Ort, wo ich blühe und wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und natürlich ist ich stolz. Und wenn Leute sagen, du bist so mutig oder wie hast du das gemacht oder so, weißt du. Und dann denke ich immer, ich erlebe mich ja gar nicht als mutig. Ich erlebe mich gar nicht als besonders begabt und was weiß ich, was ich alles kann. Ich kann jetzt alles gar nicht. Ich mache es halt. Neugierig. Ich finde es immer neugierig, weil ich finde es nicht mutig. Ich finde auch tatsächlich, ich bin da einfach so neugierig. Ich kann es nicht lassen. Ich muss es versucht haben. Ja, richtig. Wenn ich es nicht versucht habe, dann ärgere ich mich so darüber, dass ich hier sitze und träume und durch Instagram scrolle und denke, oh, guck mal, der tolle Bus. Blau-Weiß, verkauf Kaffee, will ich auch. Aber ich habe es ja noch gar nicht versucht. Verkönnte ich es ja auch. Ja, ja. Wahrscheinlich. Also ich weiß, wie man eine Kaffeemaschine bedient. Siehst du, siehst du, das ist der Unterschied. Und ich glaube auch, das kann jeder. Aber wir müssen uns halt entscheiden, glauben wir unseren Ängsten oder glauben wir unserem Herzen. Und also diese Angst vor allen möglichen Problemen oder die Fragen, die man sich stellt. Ich verbiete mir mir selbst diese Fragen sozusagen. Weil ich weiß, die bringen mir überhaupt nicht. Die bringen mich keinen Schritt voran. Also als ich den Businessplan geschrieben habe, da wollte die Bank wissen, okay, ein großes Kapitel ist Worst-Case-Szenario. Was habe ich geschrieben, was alles passieren kann? Habe ich von dem Virus geschrieben, dass mir von der Bundesregierung verboten wird, einen Kaffee zu öffnen? Stand das in meinem Plan, in meinem Worst-Case-Szenario? Das gab es gar nicht. Es kommt eh anders. Und dann muss ich gucken, was dann passiert. Ja. Also was soll denn Schlimmes passieren, dass ich privat insolvent bin? Und was ist daran schlimm? Also das war für mich immer so. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Naja, bleiben wir mal bei dem Worst-Case. Zum Beispiel, dass deine Ehe, deine Familie daran zerbricht, es war ja jetzt ohne dich zu kennen, höchstwahrscheinlich nicht der Bus, der das Ganze zum Scheitern gebracht hat. Aber allein diese Vorstellung, in einer intakten Familie denkt man zumindest, ich habe diesen großen Traum, aber hey, ich bin ja hier in einem System, wo jeder zählt und ich kann mich da doch nicht so durchsetzen mit meinen Träumen. Wenn du gewusst hättest, dass deine Ehe scheitert, dass deine Familie daran zerbricht, hättest du es trotzdem gemacht? Genau, je nachdem, was ich gewusst hätte. Wenn ich nur gewusst hätte, die Ehe ist zerbrochen, so wie es heißt, und das ist nicht der Wunsch, der Traum, den ich mir geträumt habe, mit 80 auf der Parkbank zu sitzen und Händchen zu halten, dass das nicht stattfinden wird. Ich hätte es trotzdem, also in dem Sinne, ich gebe so ein Lieblingslied, ich habe vor kurzem von Udo Lindenberg, ich würde es wieder genauso tun, wo der Tote an die Tür klopft und sagt, wenn du was ändern würdest und so. Und ich bin so oft abgestürzt, ich lag so oft in der Ecke und ich sage, doch, ich würde es auch wieder genauso tun. Sehenden Augen ins Abenteuer, ins Scheitern rein, aber es war ja nicht nur Scheitern, ich habe nicht nur eine zerbrochene Ehe, ich habe drei wunderbare Kinder, ich habe tolle Erinnerungen, wir haben eine tolle Zeit gehabt und jetzt freue ich mich, wenn ich meine Frau sehe, wie glücklich sie ist in einem anderen Setting. Und es war gut, so wie es ist. Und ich würde es, glaube ich, wieder genauso tun. Ja, total schön, dass du das so sagen kannst, weil das ja das persönlichste Worst-Case-Szenario, abgesehen von Krankheit, Unfall, Tod, was man da sich so ausspinnen kann. Aber da auch einfach mal realistisch zu sein und zu sagen, es wäre ja vielleicht auch passiert, wenn der Bus nicht passiert wäre, zehn Jahre später oder wie auch immer in einem anderen Szenario. Ja, genau. Also das ist einfach mal, das ist ja genau das, was du wahrscheinlich auch in der Klinik, ich war auch mit Burnout in der Klinik und was man in der Psychotherapie macht, diese Gedanken, diese Spinnereien einfach mal runterzubrechen auf die realistische Ebene. Also wie gefährlich ist das dann tatsächlich, was wir uns so ausmalen im Kopf. Ja. Schön. Wie kriege ich jetzt die Kurve von dieser psychologisch tiefen Ebene zurück? Die Kurve kriegen, ja, Kurve kriegen mit dem Bus ist auch echt schwer. Wenn ich lenke, muss ich immer aufstehen. Ich weiß, warum das Kraftfahrer heißt. Wie geil, ich habe das auch auf wirklich kleinstem. Ich denke mir immer, du sagtest irgendwie so, du fährst so 70 um den Dreh rum. Mein kleiner Peugeot-Boxer fährt auch nicht mehr als 70 in Spanien die Berge hoch. Da könnte ich mir also gleich so einen Bus holen. Also 70 fährt er, wenn es bergab geht. Hoch fahre ich 15 oder 5. Hoch fahre ich auch 30. Also irgendwie ist mein Auto scheinbar sehr schwer. Ja, Wahnsinn. Ja, man lernt auf jeden Fall, dass es in Ordnung ist, auch mal eine Gruppe hinter sich anzuführen über hunderte Kilometer. Ich sage immer, ich habe ganz viele Follower. Auf der Autobahn meistens viel mehr als bei Instagram. Ich wurde auch schon von der Polizei angehalten. Wirklich? Ja, weil ich so langsam gefahren bin. In welchem Land? Das kann nur in Deutschland gewesen sein. Nee, war in Spanien. Was? In Spanien gibt es Polizei? Ich habe nicht eine Polizei gesehen. In Spanien gibt es fünf verschiedene Polizisten. Also da gab es so viel Polizei. Da gibt es die Guardia Civil, da gibt es die, da gab es ganz, ganz viele. Ja gut, so sicherheitsmäßig Polizei habe ich auch gesehen, aber so Du-Du-Du erhobener Zeigefinger-Polizei, die habe ich nicht gesehen. Nee, auf Baskenland, da gibt es die Baskische, die mit Maschinengewehr. Also es gab so viele Polizisten, Poliz-Munisipal, Poliz-National. Also wir haben so eine, so ein Polizist hat uns im Gästebuch mal so eine Übersicht gegeben, mit welcher Farbe, welcher Polizist für was zuständig ist. Wann du Gas geben solltest und wann nicht. Genau, richtig. Mit dem man lustig sein darf und weh nicht und solche Sachen. Wie steht es denn um deine Spanischkenntnisse mittlerweile? Ich kann sie sagen und no. Sie, claro. Café con leche und das reicht. Gracias. Gracias, genau. Ich bin ja froh, Helene ist sehr sprachbegabt. Oh, das ist ja ein Traum. Das ist sehr, sehr gut, genau. Herrlich, da suche ich auch noch. Also wenn da jemand bei mir mal mitreisen möchte, mit 30 kmh den Berg hoch, einfach Bescheid sagen. Spanischkenntnisse vorausgesetzt, am besten auch noch Französisch und all das, wo ich halt hinreisen möchte. Aber geht auch ohne. Es geht auch ohne. Es geht auch ohne, definitiv. Ich muss stellvertretend für alle sicherheitsbedürftigen Hörerinnen und Hörern, die mit Schnappatmung hier seit 40 Minuten am Handy sitzen, nochmal fragen, kannst du denn davon leben, von dem, was du da gerade tust? Ich kann davon leben. Es kommt darauf an, wie man leben möchte. Und so wie ich leben möchte, kann ich davon super gut leben. Ich wache früh auf, ich habe meinen Kaffee. Also mein Konzept ist ja, wir haben keine Preise. Wir haben kein Menü, wo drauf steht. Der Kaffee kostet so und so viel. Jeder kann kommen. Ich frage, was er möchte. Und am Ende darf jeder geben, was ihm das wert ist. Es ist manchmal knapp. Manchmal müssen wir halt länger warten, bis der Tank wieder voll ist. Aber ich habe ja alles, was ich brauche mit mir. Sicherlich muss Geld rein, Unterhalt meiner Kinder, Versicherungen, Kredite. Es ist schon auch eine Menge, wo dann eine Last ist, wo ich mich auch sehr freue, wenn das in 20 Jahren mal nicht ist. Dass ich den Bus nur habe und mir völlig egal ist, was ich verdiene, weil ich weiß, ich habe alles. Das muss bestimmt nochmal eine krasser Qualität sein. Aber zurzeit klappt es ganz gut. Und jetzt, wenn wir rück nach Deutschland kommen, denke ich auch nochmal mehr, weil da noch eine andere Kaufkraft ist als jetzt hier in Portugal. Und in Deutschland werden wir auch wieder einen normalen Kaffeebetrieb haben. Hier ist es aber so, jetzt einfach rumfahren und da sein und leben und genießen. Schön. Wo müssen wir denn hinkommen, wenn wir mal bei dir einen Kaffee trinken wollen, wenn du jetzt wieder da bist? Genau. Wir kommen ungefähr im September in Deutschland an, wenn es alles gut geht. Und es geht alles gut. Wir planen in Speyer anzufangen und dann den Rhein hochzufahren. Und ab Oktober im Münsterland, also um Osnabrück, um Münster. Da wird der Bus sein und den kann man dann auch wieder mieten. Und für Feierlichkeiten, Hochzeiten auf irgendwelchen Feldern komme ich dann auch hingefahren und bin dann da. Und mit diesem besonderen Konzept. Dann sehen wir uns auf jeden Fall auch mal. Das ist nicht mehr ganz so weit wie Portugal. Das schaue ich dann auch. Richtig, richtig. Michelle, ich danke dir für deine Zeit und für deine Geschichten und dass du uns mitgenommen hast in diese ganz besondere Reiseform, die ich so auch noch gar nicht gesehen habe. Bitteschön. Vergnügen. Gracias, sozusagen. Wenn man es in Portugal dann auch sagt, das weiß ich schon wieder gar nicht. Oh, Brigado. Da hört es schon wieder auf. Oh, Brigado. Sie ist um Gottes willen. Und sie arbeitet in der Reisebranche. Mach's gut, guten Heimweg und Tschüssi. Danke, ciao. Bis bald. Also mein Kaffeebesuch steht schon mal. Wenn ihr Michels Weg durch Europa und vor allem bei uns in Deutschland auch weiter verfolgen wollt, dann schaut mal in den Shownotes dieser Folge vorbei. Da findet ihr alle Infos über ihn und über seinen blau-weißen Doppeldecker-Bus. Den solltet ihr euch übrigens auch mal unbedingt näher anschauen. Wenn nicht persönlich, dann doch zumindest im Internet. Folgt uns dafür einfach mal bei Instagram. Da findet ihr ein paar schicke Fotos vom Bus. Dann verpasst ihr auch keine Podcast-Folge mehr von uns. Und ihr bekommt Inspiration für euren nächsten Urlaub sogar noch gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn ihr unsere Folge an alle Kaffee- und Reisebegeisterten Menschen, die ihr so kennt, weiterempfehlt. Und wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder mit dabei seid, die hört ihr wie gewohnt in knapp zwei Wochen. Immer am 1. und am 15. des Monats. Danke fürs Zuhören und bus bald, um es mit Michels Worten zu sagen. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.